Bhagavad Gita, Vers 3.4 Nicht indem man sich einfach von Arbeit fernhält, kann man von Reaktionen befreit werden, noch kann man allein durch Entsagung Vollkommenheit erlangen. Erklärung Die Lebensstufe der Entsagung kann man annehmen, wenn man durch die Erfüllung der vorgeschriebenen Pflichten gereinigt worden ist, die in den Schriften niedergelegt sind, um die Herzen der materialistischen Menschen zu reinigen. Ohne gereinigt zu sein, ist es sinnlos, die vierte Stufe des Lebens, Sanyas, anzunehmen. Nach der Meinung der empirischen Philosophen erhält man augenblicklich die gleichen Eigenschaften wie Narayana, wenn man ganz einfach Sanyas annimmt, das heißt, sich von fruchtbringenden Aktivitäten zurückzieht. Shri Krishna jedoch belegt diese Auffassung nicht. Ohne gereinigt zu sein, ist Sanyas nichts als eine Störung für die soziale Ordnung. Wenn sich jemand jedoch dem transzentralen Dienst des Herrn widmet, wird jeder kleinste Fortschritt, den er dabei macht, vom Herrn akzeptiert, selbst wenn es seine vorgeschriebenen Pflichten nicht erfüllt. Bodhi Yoga Svalpam api asya dharmasya rayate mayato vayat Sogar, wenn man diesem Prinzip nur in geringem Maße nachkommt, kann man die größten Schwierigkeiten überwinden. einfach so weit verhalten werden. Sogar, wenn man die größte Schwierigkeiten untertitelt, kann man den Fortschritt Vielen Dank.